ja einen ganz wundervollen guten tag liebe fahrspaß freunde ich begrüße euch zu einer neuen folge auf meinem kleinen aber feinen kanal auf motor ollie tv sage ich immer die sonne scheint wundervoll und ja im hintergrund ich bin bei hgp turbo in omten weil der martin hat mich angerufen und hat gesagt hey ollie wir haben den golf 8r fertig schaut doch mal vorbei und das habe ich mir natürlich nicht zweimal sagen lassen und jetzt schauen wir uns mal den golf r an ist eine weltpremiere da sehe ich ihn schon ich habe selber den golf 8r noch gar nicht gesehen ist übrigens ja witzig hier ganz entschleunigt fluffen das hgp maskottchen ist ja nicht süß ist auch gar nicht stellt ihr ja schon mal ich sehe schon dass hier der golf steht erstkontakt nämlich zum ersten mal dass ich den golf 8r in natura sehe ich habe vorher nur den golf gti gesehen den golf 8r fand ihn ja so lala hgp noch offen ja hier vorne ist auch offen ein blaues rohr schau ich mal wieder martin ist der doktor greff jemand zu hause hier werden filmaufnahmen gemacht ich hoffe mal wo er ist er kommt golf 8r 444 ps glaube ich hatte habe ich auf der website gesehen immer wie sie und es ist nicht gestellt ich habe nicht gesagt jetzt da rein und tue so als würdest du telefonieren er hat wirklich telefoniert ich habe dich gar nicht kommen hören ja sie ich habe mich hergeschlichen unter der hecke durchgekrochen oder ich habe auch schon gesagt dein hund der hatte ich nicht mal der hund hat sich gemeldet noch gar nicht begrüßt ja schön dass ich hier sein darf wunderbares wetter hast du mir quasi geschenkt und der golf 8r steht auch schon da sehr sehr geil erzähl mir doch mal was dafür bin ich da nur für dieses wunderschöne schätze natürlich auch wegen dir aber erzähl mir was zum golf 8r was ist da der stand ja du musst die neue mitnehmen und mal fahren das dauert mir noch mehr lächeln ins gesicht der gerne mache ich das aber was fahre ich denn da überhaupt da bin ich habe ich sehen zum ersten mal habe ich schon gesagt wirklich ich hab nur den gti gesehen das ist meine besten mal nachher zusammen sehr gerne zeige ich dir auch was wir so generell gemacht haben ich sag mal schaltprogramm schaltanzeige im display und das gucken wir uns nachher an hier zur technik im motorraum sieht ähnlich aus wie beim golf 7 ist aber alles neu ja also steuergerät vor allen dingen das ist das hauptproblem gewesen das steuergerät um zu programmieren und wir haben jetzt die stufe 1 hier drin die stufe 1 ist im prinzip die ansaugung verändert der luftfilter verändert einen dicken schlauch zum turbolader eine kleine änderung am serienturbolader abgasanlage ist alles noch serienmäßig und eben klar motorsteuergerät geändert getriebesteuergerät geändert um auf die leistung zu kommen leistung gefahren 2 bar ladedruck bis kurz vor einem schaltpunkt ja dann gehen wir auf 185 zurück also auto hat schon super drehmoment super leistung also 444 ps drehmoment müssen wir noch einmal auf dem diagramm gucken wir haben den ja letzte woche 564 newtonmeter ich habe mich gerade am handy geguckt weil ich war auch selber überrascht 144 ps ist eine schnappszahl aber auch schon eine ganz schöne ansage ja und man muss dazu sagen es gibt also das sage ich jetzt es gibt weltweit vermutlich noch keine das kann also ich habe nichts gefunden und golf 8 erst hat eine komplett neue infrastruktur neue steuergeräte etc pp da steckt extremer entwicklungsaufwand dahinter lassen wir mal zahlen daten fakten was kostet gibt wird 9800 euro mit einbau und tüv abnahme kosten okay auto läuft über 300 hat super fahrwerte du wirst es ja sehen du nimmst die kiste jetzt mit und dann werden wir sehen was du dazu sagst ich freue mich auf jeden fall weil wie gesagt ich bin immer gerne hier und ja ich nehme auch keine zeit natürlich drehst du mit mir eine runde ich zeig dir beim fahren mal kurz was wir so gemacht haben nimmst du mich mal mit weil es auch mal eine premiere normal feiere ich immer und jetzt fährt er mal würde ich sagen freue ich mich drauf also wir starten geil ja freunde erste sitzprobe im golf 8 r für mich hier der chef persönlich fährt mich diesmal nur ist es eigentlich ist eigentlich komplett komplett 9 da muss man schon schon sagen aber es zeigt mir jetzt auch gleich noch kein soft close ich bin du porsche und rs 7 gewohnt mit dann fahren wir jetzt mal eine runde warm fahren ist noch ein bisschen geil du weißt es hier mit dem joystick r ist rallye rückwärts und d ist vorwärts ok ok jetzt fahren wir rallye der hund der hund der hund der war unter dem auto noch lacht er abgefahren das war der hoppel der der hoppla gerade der hoppla ups wieder der hund wieder genau wieder dachte nur katzen haben sie im leben das guck mal hier martin greff persönlich fährt mich den unbekannten autotypen im neuen golf 8 r kann man kann es mal aus dem deck ist denn irgendwas plaudern wie läuft sowas ab ich meine so so eine steuergeräte entwicklung so so klar nicht zu viel aber wie was muss man alles machen das versteht ja der normalsterbliche gar nicht also ja gut also so ein steuergerät die schwierigkeit ist in so ein steuergerät die daten rein zu bekommen aber vorher noch diese steuergeräte sind halt verschlüsselt da kommt man nicht drauf dann das kommunizieren ist ja nicht nur die leistung erhöhen über die lade druck sondern das muss ja alles das sind die neinander greifen das sind zwei baustellen außerdem sind es ja auch noch getriebe steuergeräte das sind zwei baustellen baustelle nummer eins ist das wie bekomme ich das in das steuergerät rein und dann ist die baustelle nummer zwei wie was bekomme ich in das steuergerät rein ja und da geht es eben darum zu sagen ja erstmal muss muss da rein bekommen was man ändern möchte ja den änderungswunsch sozusagen jetzt sagt mir noch mal eine eine sache da darfst du kritisch dich äußern aber ist da ist ja so viel halbwissen auch da draußen diese tuning boxen es gibt ja von allen möglichen anbietern tuning boxen die gaukeln dem steuergerät er dem hauptsteuergerät irgendwelche falschen werte vor und werden hochgelobt weil einfach und billig und so ist immer nur eine notlösung weil dem steuergerät vorgegaukelt wird du hast zu wenig ladedruck also es werden die drucksensoren manipuliert und dann glaubt das originalsteuergerät den soll ladedruck noch nicht erreicht zu haben also den ladedruck den es haben soll und dann kann man im prinzip durch manipulieren der werte im prinzip sagt dem dem drucksensor oder diese diese zusatz box sagt dem motorsteuergerät du hast deinen ladedruck noch nicht erreicht also regelt er den ladedruck etwas nach oben das geht aber nur in einer ganz kleinen range weil sonst sämtliche notlauffunktionen vom original motorsteuergerät zuschlagen also das motorsteuergerät erkennt es an anderen parametern weil wenn ich mehr ladedruck habe und das steuergerät glaubt original zu sein kommt ja kraftstoff nicht hinterher also es hat dann zu wenig kraftstoff dieser zündwinkel kann nicht verändert werden und 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 das ist im prinzip ja es ist nur eine notlösung und es bringt auch sehr sehr wenig leistung sehr sehr wenig es gibt steuergeräte die erkennen eine zusatz box und nehmen dann nicht hart aber sukzessive die leistung auch wieder zurück das gibt es okay also habe ich mit der zusatz box dann nur kurzfristig mehr leistung also guck mal was ich hier sagen wollte ist jetzt im d-modus sieht man im d-modus wieder den gang weil der serienmäßig keinen gang anzeigt und guck mal wenn du jetzt losfährst in der leichtlast dreht der bis knapp über 2000 umdrehungen und schaltet dann erst den nächsten gang das ist jetzt moderat hochgesetzt die drehzahl in der leichtlast weil original schaltet der schon bei 1500 in den nächsten gang und bei 1050 erst zurück das auto fährt also gar nicht das brummt nur also es schaltet gleich bis sieben hoch und dann ist ende wir haben das also moderat hochgesetzt weil dann muss ich wenn ich ein bisschen mehr gas gebe muss er nicht gleich zurückschalten ja sondern er ist schon automatisch ein gang tiefer wie vorher ja es ist agiler das auto ist agiler dadurch also d-modus ist angepasst und und er zeigt auch die ganganzeige an hat er vorher nicht quasi also in d hat er gar keinen gang angezeigt und in manuell ich gehe jetzt mal hier diese t ja ich gehe jetzt mal auf die manuell ja jetzt schalte ich immer noch mal 10 km zu schnell nicht dass der shitstorm wieder los geht nein guck mal hier jetzt würde er mich auch bevormunden und würde hier m3 also manuell drei zeigen und sagen ich schalte den fünften wenn ich mit 3000 umdrehungen fahren das hat mich auch genervt und deswegen normale schaltanzeige die gang anzeigt und keine bevormundung und in dem modus natürlich auch einfachen gang der angezeigt wird wie jetzt d2 warum ist es denn entfernt worden ist ja total blödsinn also keine ahnung was macht die vw jungs da man hört auch im essmodus der bollab ein bisschen ja klar ein bisschen klingt schön nicht schlecht nur für mich erster eindruck wirklich super ihr werdet es dann im fahrvideo sehen habt ihr noch fragen dann als kommentar bitte sehr gerne posten hast du denn noch fragen an mich ich habe immer fragen gibt es eigentlich zeiten schon 0 100 0 200 musst du mal machen was denkst du so 38 37 sowas in den dreh die 426 ps die 426 ps version die hat 38 gemacht glaube ich komischerweise macht ja der art der 8er golf seienmäßig der 2 zehntel langsam angegeben wie der 7er es geht bergab mit der mit der kfz industrie nur elektroautos kann natürlich schwerer wahrscheinlich kann es gibt es ja nur noch als vier türer hier den achter und der ist natürlich schwerer ach so genau und dann seht ihr auch hier vier türer kein sportlicher dreitürer ja ist bevor ihr geiler als günstiger wird überall rationalisiert ich sag 37 ich sag 36 wir werden es erfahren vielleicht zurück bei hgp turbo die kleine ausfahrt mit martin greff persönlich hat mich abgeschleppt quasi es war eine weltpremiere für mich im golf 8 r und eine weltpremiere im golf 8 r getunt von hgp hat spaß gemacht ihr seht in einem separaten wie natürlich noch fahreindruck zu dem wagen wenn ihr fragen habt kommentiert ich verabschiede mich von martin ich gebe immer die gator force wir sind natürlich alle negativen krone getestet schnell test alles gut adieu haut rein bleibt sauber bis bald auf luft wie er wird mir verzeihen